Servus, ihr kennt es bestimmt, ihr wollt irgendwo was abspeichern und ständig ist der Pfad irgendwo im Projektpfad und ihr wollt das Komplette ändern. Dann geht es einfach auf die Optionen, hier in der Arbeitsumgebung findet ihr den Bereich Speicherorte und dort könnt ihr einfach die Pfadeinstellungen ändern. Zum Beispiel PDF-Export auf letzter setzen anstatt auf Projekt, Privat oder sonst irgendwas. Einfach alles auf letzter, dann merkt sich Altplan einfach, wo ihr das letzte Mal abgespeichert habt. Aber da müsst ihr aufpassen, wenn ihr natürlich einen Projektwechsel dann macht, dann müsst ihr den Pfad nochmal neu einstellen. Ich mag das aber gern, also dass immer das letzte ausgewählt wurde und von dem her falte ich das überall bei, wo es nur geht. Überall wo letzter funktioniert, gebe ich das Ganze auch ein und bin dann wieder ein bisschen glücklich und zufrieden. Servus, ciao, euer Peter.